Oh, the weather outside is rightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, make it so, make it so, make it so, man. Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin immer noch der Lutz. Wir sind immer noch mit dem Lego Harry Potter Adventskalender beschäftigt und wir haben immer noch das Problem mit den Corrupted Files. Das bedeutet, Tierchen Nummer 3 sieht irgendwie schon so offen aus. Dann machen wir es jetzt auch wieder auf und dann gucken wir mal, was wir da drin haben. Äh, Groot? Äh, das ist kein Unmöglich, stimmt. Ne, stimmt auch nicht. Wir haben nämlich, wir haben auch so genannt, Gustav und Gunther. Zwei kleine Weihnachtsbäume. Äh, ja, ich hätte mir was anderes einfallen lassen sollen, außer gut einfach hier mit dem so stehen. Das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen lame. Man kommt da drin. Ja, 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 sehr, sehr stabil, ja. Und, na, mal gucken, wo, 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 wo stellen wir jetzt hier Gustav und Gunther hin, ne? Ja, wo wir, ähm, die Bahnhof ist. Echt, jetzt kann ich auch das geschockte, äh, Dings von Harry Potter verstehen, das geschockte Gesicht, ein lebendiger Baum. Ich bin Groot! Das wäre jetzt mega geil, ich meine, in Infinity War hatte ja, äh, Groot seinen Arm gespendet für, für Thor's neue Waffe als Stiel. Hat der Harry Potter etwa einen neuen Zauberstab aus Groot? Und, haha. Wir sind total von dem eigentlichen Thema abgekommen, und zwar Gunther und Gustav, die wir eventuell umbenennen müssen, müssen wir mal sehen. Aber, ich würde sagen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin! Ciao! Ciao! Weihnacht winkt, Batman stinkt, Robin legt ein Ei, Batmobil taugt nicht viel unter Joker, der entkommt. Ey, vielen Dank, vielen Dank! Oh, Entschuldigung, Kleiner! Ja!